Der Jackentrick Wenn du viel am Computer arbeitest oder viel schreibst oder Handarbeiten machst oder ein Tennisarm hast oder gar ein Golfarm, dann mach diese zwei Übungen. Streck dein Arm und mach eine Faust. Zieh den Ärmel von der Jacke über die Faust rüber. Schnapp dir das Ende der Jacke. Zieh die Faust nach oben zu deinem Körper und lass dabei den Arm gestreckt. Halte diese Spannung ein paar Sekunden. Nun geh mit der Hand wieder raus. Nimm ein Tablett. Zieh den Ärmel über diese Handfläche rüber. Zieh am Zipfel der Jacke runter. Lass den Arm gestreckt und zieh diesen Jackenteil zu dir. So und dasselbe wiederholst du auf der anderen Seite. Jungs wieder auf der anderen Seite. Okay dann!